einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde und willkommen zu einer brandneuen folge von banjo dreamy beim letzten mal haben wir welt 6 erreicht memory meadow haben auch schon als biene soweit alles abgeschlossen und jetzt geht der terror erst richtig und jetzt müssen wir noch mal in jede welt beziehungsweise hallo in jeden abschnitt hier je nachdem mit banjo rein und ich glaube das hier wird der schwierigste sein weil ich muss hier ganz kurz und ich mache es also wo ist mein zettel ich habe mir beim letzten mal doch irgendwie was aufgeschrieben hier also wir müssen ein zwei drei vier wir müssen neue noten das passt und hier haben wir zwei heißt sie müssen normalerweise noch drei stück fehlen immer hier hoch ich habe aber hier bisher noch keine doch irgendwo war eine note jetzt gesehen aber ich weiß nicht mehr wo wo war die daumen es ist die die ich gesehen habe ich weiß nicht einfach mal nicht gesprungen so ich möchte mich schon mal entschuldigen dass die nächsten tage keine selda folge kommt weil ich nehme das jetzt gerade montag auf ich habe heute noch viel vor ihr seht das wahrscheinlich jetzt auch am montag nur halt nicht um 14 uhr ist jetzt hier um 13 uhr hallo 13 und 23 so früh habe ich auch schon lange geht es mir auch ja vorsicht also wir gucken da muss ich so wer note nummer drei hier deshalb kann ich auch heute nicht so viel aufnehmen weil ich den 24 stunden stream vorbereiten muss also diese folge hier und die folge hier dann höchstwahrscheinlich am mittwoch sehen werdet mittwoch irgendwann nachmittag ja und das war's denn jetzt hier auch schon wieder der springt nicht der springt nicht richtig weil dieser controller wenn ich die taste reindrücke bleibt die manchmal drin da ist immer noch der erste ich habe noch eine strichliste ich bin nur eine note krieg ich hoffe ich kann die welt hier heute abschließen ich habe jetzt zwei jetzt ist mein stifter noch kaputt gegangen gestern abweist gekommen meine selbst wieder ich muss hier weg wie komme ich denn hier wäre schon wieder ich hasse das jetzt schon ich spreche jetzt nicht auf dieses dinger drauf und jetzt kommt hier wieder zurück da gibt es hier einen weg den ich gehen kann oder jetzt kommt mein aktivierprogramm erstmal wieder alle diesmal der knie wo geht denn wohl ich sehe gar nichts hier ist sie keine note ist sie absolut nachdem ich sehe in der note so ist nummer drei nummer vier das heißt eine fehlt noch ich kann mir vorstellen die sommer auf diesem geland und hier aus kann ich auf jeden fall dahin da hinten ist wieder ein kann da hinten sein na warte ich glaube ich glaube ich glaube das habe ich mal gesehen ich glaube das habe ich gesehen ich kann diese lampe rein dann schauen kann hier hoch das ist der offizielle weg nach oben so komme ich glaube ich zur lampe ich muss zu dieser lampe da kann ich irgendwie rein oder so hat letztens erst gesehen ich habe mir letztens ein best of angeguckt von jemanden und diesen best of war das drin wo geht es denn da jetzt sind stopp wo geht es hin ach so vom einen stecker auf den nächsten doppel ich bin ja ein fanatiker so weit so gut guckt man gerade aus da ist das gerade aus jetzt ist es läuft ja lang bin hier oben wir kommen schon rein dagegen springt wer kommt denn darauf so weit ist das jetzt hier das hätte ich jetzt wieder wahrscheinlich nachgucken müssen ey was ist denn mit dem sag mal der ist doch irgendwie universal gelehrter hier jetzt aber gibt das ding hier hinten auch einer ne ja noch mehr was soll denn das ja ach weiß das stimmt doch gleich mit denen stimmt doch irgendwas nicht die kommt viel später raus als sonst der kündigt sich nicht machen frechheit so nimm die note und ab ist hier fertig ist ja noch irgendwas die namen die man muss reden oder so gar nichts ok dann kann ich alles erstmal wieder raus was der ausgang lebt bitte und dann gehen wir erstmal in dessen würde da rein so twinkling tunnels da muss ich tauchen glücklich d er saufig da kommt einer ich werde ich noch genau da muss ich ja fliegen also ihr habt jetzt auf jeden fall schon mal die fünf noten darum war ich auch schon da sind wir also fertig in 1 das sehen war das war da oben mal irgendwas oder war da erstmal gucken da ist irgendwas da ich gehe erst mal da rein das ist hier so riesig der brauche erstmal tausend stunden bis zinte was ist das denn diese hier noch immer schön den eiern folgen jetzt lang ich komme hier auch schon wieder raus mit luft nicht vorbeischwimmt er ist vorbeigeschwungen das schafft er doch nicht ich bin tot gleich wie lang geht das denn hier hier was ist das denn ich bin tot moment mit haus schön wieder auf ist auch noch ein gang weil da war das das war das hier oder ich jetzt einfach da rein das war das nicht das ist ja blöd das stimmt man ja direkt warum nimmst du das denn nicht ich es gab bisher an jeder note die im wasser war bin ich bisher vorbeigeschwungen was der weg da ich kann doch hier irgendwie wieder raus oder ich gehe doch nicht wieder diesen weg wir haben sie ab bitte was soll das denn wir gehen jetzt direkt nach unten ganz straight egal wenn irgendwo anstößt du machst weiter du schwimmst schwamm nimm hundeputter lass die bar raus an und geh schwimmen schwimmen sorry guck mal jetzt bin ich schon viel schneller hier ja hat auch geklappt jetzt muss ich irgendwie wieder hochkommen da bist du auch nicht angehebt sehr schön nein da geht was vorbei jetzt nicht schlimm einfach weiter 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 vorsicht dass noch einer ganz gesehen okay wir haben wir haben das auf jeden fall also dann tauchen wir mal wieder dann ist das da unten weil da das auch noch ein weg musst du dieses gold teil da ja da geht da gehe ich mal rein da gehen wir mal rein das ist denn da mal gucken weil ich habe jetzt zwei hier ne ne 3 3 heißt es fehlen noch zwei eine ist wahrscheinlich hier da oben bestimmt wenn es in dem spiel hallo nicht runterfallen wenn ich da oben hin ja so auf keinen fall ne komm ich glaube ich nicht hin na 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 wo gehst du hin ja das ist ja wohl guten tag bleiben stehen das stehen jetzt der minion 4 wie komme ich jetzt wieder runter hier das nehme ich das nehme ich muss es teilen was war das so dass das runter sammelt mal auf da wie schon zu denn so bescheuert wieder raus so einmal auftauchen bitte da sind noch tausend wege wenn das das da ist dann war ich da unten noch nicht drin die warte da war getrennt oder was jetzt das oder das warum in der europa landen im wasser ich gehe jetzt da mal rein da war das ist wo ich drin war ich will es nicht hoffen es ist glaube ich nicht da geht es woanders wo bin ich hier warte hier ist ja meine letzte note dann schon irgendwo und zwar das ging jetzt schneller als erwartet da man 16 heißt hier haben wir dann 5 und dann 6 in den anderen bilden sehr schön dann würde ich sagen ab zu sparkling springs jetzt ich kann doch theoretisch einfach darunter fallen oder ich habe zwar irgendwie das gefühl natürlich wäre jetzt toll ich habe so irgendwie das gefühl dass ich da was vergessen habe irgendwo note aber egal solange wir 5 waren alles gut wenn es mir irgendwo eine note fehlt dann weiß ich wo ich hingehe so erst mal hier jetzt sparkling springs wieder haben auch schon eine note als biene da kann ich auch mal eine kleine geschichte erzählen hallo aus dem alten let's play was ich das alles wenn ich gesehen habe da gab es in der allerersten folgen so einen bach ich bin in dieser welt gestartet anstatt im normalen spiel wo man noch mal weiter anfängt in der überwollte ich bin hier startet irgendwie also in dieser welt und dann bin ich hier reingegangen und hier war halt gar nichts deshalb dachte ich selbst das wäre irgend so ein prototyp ich hätte nicht mal dass das volle spiel gedacht wo muss ich denn hin irgendwo war so eine sandburg oder so ein bisschen was ist ein bisschen mal gucken ja da ist zum beispiel was da gehen wir mal rein schwimmen da rein sieht aus wie so ein ameisenhaufen bin ich denn jetzt mach das tüschel auf wieder lava kennen wir schon wieder hoch aber nicht zu weit glaubt man sind wir denn hier das ist ja ein riesenbereich muss ich wieder irgendwo durchschwimmen weil die lava steigt doch noch ja da hat ne halt und da kam ich doch ja gehen dann einfach mal ne steckt gar nicht das nur die animation moment das sieht sehr sehr nimm das nehmen wir nicht runterfallen jetzt sehr besonders hier aus musik ist auch besonders wann machen wir jetzt kann ich da hoch das wäre da unten gewesen nur eine goldene feder die brauche ich nicht aber was ist denn jetzt los ich habe gerade die kamera gar nicht gedreht mein controller macht wirklich was er will noch mal lieber ein sexy wieder was machst du denn jetzt rein da geht es rein ich sehe das gar nicht morning das ist halt so dunkel da ich sie gar nichts vor allem wenn ich gerade schon wieder von meiner fetten softbox angestrahlt wird wie ich nie was ins dunkel ist das ist eine sprungplatte und hier hoch ich glaube nicht was denn ja ne wo bin ich denn was ist das eine rote ich habe eine also zwei habe ich jetzt das ist super verwirrend was das wir gehen wir lassen das einfach auf uns zukommen der ist fies ich bin doch gerollt ich bin hier oben ist doch nicht ein verdammtes ich bin ich bin ich hasse auch nicht die hang wo geht es denn da lang warum bin ich jetzt hier ja danke dafür für nichts was ist denn also wieder in der drin er bleibt doch diesmal da drin und war doch gerade was war nix mit denen ist irgendwas falsch die kommen erst viel zu kommen viel zu spät ja auch wo läufst du hin weißt du kannst ja gleich in die richtung laufen höre besten gar nicht mehr aufzuhören das macht so viel spaß ich weiß nicht was er da gemacht hat aber die kommen ein bisschen zu spät das kannst du nicht teilen gibt das her jetzt habe ich drei liegen man zieht die denn zwei leben ab macht macht noch nach ja noch einer ja da läuft kommen wieder in die richtung ne ja was ist das denn jetzt ich will eine note ich wollte mich bearschen warum gehe ich denn den ganzen weg ist ja gar nichts ich bin jetzt den ganzen weg gelaufen diese eine note die da unten im erdgeschoss ist der mich jetzt auch noch erwischt ich hätte aus ich wäre ausgerastet das ist noch eine note nummer drei ist es ja ja nein wo geht es lang hier da oben war irgendwas mit mumbo schädel oder so was war das mumbo schlägt ich weiß nicht ob ich die habe gesagt mumbo schlägt ich sehe denn ich sehe gar nichts wo geht es denn dahin wo geht es denn dahin ab zu einer note hier hier hä ah ne ja ne warte mal hä ich ist grad blöd ach die fünf habe ich jetzt schon ne ok alles gut eine fehlen noch wollte ich grad sagen hä irgendwie die noten wie sollen das jetzt reitig oder was ich habe ja die anderen fünf schon aus dem fünften teiler sind welter um der landing so also irgendwo ist jetzt hier noch was irgendwo muss noch hier eine note sein welch da oben da oben nicht ich habe hier eine note verpasst irgendwo ich habe keine verpasst und die note hier stimmt alle das nehme ich und damit bin ich ja auch fertig so jetzt muss ja wohl keine noten mehr notieren weil jetzt wie nur noch fünf aus nicht in die lava weil das hier ist jetzt ganz normaler boden so also dann muss ich jetzt nur noch eben das vierte kapitel ich hoffe das kriege ich jetzt in sieben minuten noch hin es gibt auch irgendwie noch neun ich gehe ja davon aus dass es diese wie heißen ist dieser stürzpflug da ich parade keine ahnung hier raus endlich mal ohne graus die taste bleibt schon wieder drin und volle leben wieder 1 von 6 0 von 2 der gut joholisch waren wir sind immer so ein bisschen broken ich glaube ich bin ich glaube ich habe fünf oder eine müsste noch fehlen und die ist dann natürlich im letzten ich weiß nicht warum sie können fehlen gibt weil meiner meinung nach gibt es dann nur noch zwei mugs jetzt es sind einmal das ist es die parade und die eier wer weiß vielleicht gibt es irgendwie noch irgendwo ich würde nicht allzu viel von der nächsten welt parat aber da gibt es mehrere bereiche es kann sein dass da irgendwas ist weiß es nicht so da sind wir jetzt als bären mann bär und vogel mann ja ich gibt auch noch und die kommen zu früher oder nein das nehme ich nicht ich höre schon stehen mann ich hasse diese die schnee männer müssen weg ja da ist eine note drunter okay ich muss das sind blut das muss hier sein die mexik ich bin ein das wir in ich ist nicht weil ich auch sie gar nichts noch mal heller wortels bin ich gelandet ich will nur den maur auf der film von dieser und eiswasser nicht toll ja fliegen fliegen nicht wirklich fliegen ja ich will nicht mehr fliegen aber nicht aus der welt sondern wir kommen da hoch da erstmal wieder zurück warum ist das wasser so das ist jetzt schon hier dass das wird mein absoluter hasse raum in dieser welt und jetzt ich komme schon da hoch da ist eine note das nächste leben hat man mal übersehen blutplatte was heißt auch nichts okay keine ahnung wie ich da hochkomme ich komme gerade in der welt bin ich mich hier gar nicht zurecht ich sehe nichts hier ich weiß nicht wo es hingeht und da kam ich irgendwo hinspringen wir gehen erstmal wieder nach oben immer da lang bin ich jetzt hier mal richtig nein warum machst du denn nix ich bin ruhe in person das bringt jetzt ab das habe ich ja auch nur im fernsehen gesehen ich höre für mich ist ein bescheiden funkel spring da dran was soll denn das sag mal ich bin doch nicht auch ruhe man ist ja schon wieder so ein schiss im vogel wer hat die eiswürfel auf die straße gelassen da kommt schon wieder so ein schneebeutel nein laufen sie weg ab ins glas das ist keine schöne welt das war ich auch noch nicht für die sich ist das denn wo ist denn dieser portals man ist ja ganz oben weder ist sie jetzt nicht ja dankeschön und ich würde sagen wir machen wir beim nächsten mal weiter das war es von dieser folge sie war sehr recht schlässlich am mittwoch geht es weiter seid gespannt wir schließen diese welt ab und betreten oder ja wir betreten schon die letzte welt und das ist mein lieblings welt das ist mein lieblings welt und ich bin gespannt bis zum nächsten mal bis zum rein und ciao Untertitelung des ZDF, 2020